Für Ungeübte kann das Transportieren von Türzargen schnell zum Problem werden. Schlimmstenfalls brechen die Gehrungen auseinander. Beim Ausrichten der Zargen in der Maueröffnung fallen einfache, herkömmliche Zargenspanner oft herunter. Schluss damit! Für beides gibt es nun die Lösung. Das neue Türfutter-Montageset Pro von Wolfkraft. Damit ist das Einbauen von Türen ab sofort auch für den Laien leicht möglich. Egal ob beim Neubau oder bei Renovierung. Für die passgenaue Ausrichtung der Zarge in der Maueröffnung wird zunächst das Maß am Querfutter abgenommen. Nun lassen sich die beiden Montagestreben einfach befestigen. Eine auf der Höhe des Schlosses, die andere auf der Höhe des unteren Bandes. So lässt sich die Türzarge dann problemlos und unfallfrei transportieren und in die Maueröffnung einsetzen. Mithilfe einer Wasserwaage wird die Zarge waagerecht ausgerichtet. Jetzt erfolgt das lotrechte Ausrichten der Zarge mit der Ausrichtspindel. Zuerst an der Türfutter-Richtswinge und dann an beiden Seiten der Montagestreben. Nachdem die Tür zur Probe eingehangen und auf Gängigkeit überprüft wird, wird die Zarge final befestigt. Nach dem Aushärten des Montageschaumes wird schließlich noch der Blendrahmen aufgesetzt. Und schon ist Ihre Tür im Nu fertig. Das Türfutter-Montageset Pro macht auch aus Ihnen einen Profi. Von Wolfkraft